Unsere Mission. Wir sind leidenschaftliche Ideentreiber, die mit Laseranwendungen, funktionalisierten Oberflächen und werkstoffbasierten Innovationen maßgeschneiderte Komplettlösungen für die Industrie der Zukunft verwirklichen. Das Fraunhofer IWS Dresden bietet eine einzigartige Vielfalt an thermischen Oberflächentechnologien für ein breites Spektrum an industriellen Anwendungen. Unsere Aufgabe ist es, industrielle Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen. Unsere Prozess- und Systemtechnik kommen weltweit in der Automobilindustrie, der Erdöl- und Gasindustrie, der Windenergie, im Anlagenbau und weiteren Bereichen seit Jahren erfolgreich zum Einsatz. Die Kernkompetenz beim Auftragsschweißen besteht in der Prozess- und Systemtechnikentwicklung für zahlreiche industrielle Laseranwendungen des Oberflächenbeschichtens, der generativen Fertigung sowie der Reparatur von Werkzeugen und Bauteilen. So entstand beispielsweise für die Massenproduktion von Bremsscheiben eine kundenspezifische, kostengünstige Hochleistungsbeschichtung mit minimalen Feinstaubemissionen. Das Fraunhofer IWS gestaltete den Prozess und die Systemtechnik so robust, dass beide für eine Anwendung auf dem Pkw-Volumenmarkt prädestiniert sind. Beim Härten von Großwerkzeugen mit dem Laser ermöglichen wir eine optimale Prozessführung, sowohl durch die Regelung der Temperatur als auch durch die lokal optimal angepassten Strahlgrößen und Intensitätsverteilungen. Die besondere Herausforderung dieser Entwicklung war der Anspruch und die Notwendigkeit, ein optimales Prozessergebnis ohne sonst übliche geometrische Prozessoptimierung zu realisieren. Wir sind dadurch schneller und haben einen geringen Energiebedarf. Eingeschlossen sind Prozesssimulationen, CAD-CAM-Softwarelösungen sowie eine Überführung der Prozesse direkt vor Ort beim Anwender. Wir sind leidenschaftliche Ideentreiber, die mit Laseranwendungen, funktionalisierten Oberflächen und werkstoffbasierten Innovationen maßgeschneiderte Komplettlösungen für die Industrie der Zukunft verwirklichen. Durch die langjährige Erfahrung, die auf mehr als 20 Jahre zurückgeht, nimmt das Fraunhofer IWS eine führende Position bei der Entwicklung von Laserstrahlteprozessen ein. Und wir begleiten den Kunden von der ersten Idee über die Prozessentwicklung, zum Beispiel mit Machbarkeitsstudien, bis hin zur Entwicklung spezieller Systemtechnik und dann der Serienüberführung des Verfahrens dann in die industrielle Produktion. Wir erarbeiten für Sie oder mit Ihnen gemeinsam eine Lösung. Treten Sie in Kontakt mit uns. Wir freuen uns auf Sie.